Ja, sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Thomas Schmidt, lieber Ronny Wehner, lieber Herr Kammerschen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier heute wieder begrüßen zu können als quasi Hausherr. Quasi Hausherr deshalb, das Gründer- und Dienstleistungszentrum ist ja auch gleichzeitig Sitz unserer Wirtschaftsförderung Erzgebirge und das ist eine hundertprozentige Tochter des Landkreises und insofern bin ich quasi hier der Hausherr für dieses Objekt. Einige von Ihnen, Herr Professor Matscholat hat es ja schon angesprochen, haben ja gestern schon auf dem Fichtelberg zu diesem Veranstaltungen 100 Jahre Wetterwarte Fichtelberg mit teilgenommen. Dort war es mir verwehrt als Hausherr zu sprechen. Viele wissen das nicht, das Fichtelberg Plateau und das Fichtelberg House selbst gehört nicht dem Freistaat Sachsen, gehört nicht der Stadt Obowiesenthal, sondern gehört dem Landkreis. Also wir haben schon auch Verbindungen, sage ich mal, in diese Richtung, dass wir auch da uns immer wieder engagieren. Ich freue mich sehr, dass sich Wissenschaft, dass sich die Wissenschaft in einem ganz besonderen Spektrum hier in Annaberg-Buchholz zum zehnten Mal entwürft. Ich denke, die Organisatoren, die damals, von 1996, diese Idee erstmals hatten, haben das sicherlich erhofft, haben doch nie geahnt, dass das sich so verständigt. Ich freue mich vor allen Dingen deshalb, das sage ich auch ganz unverhohlen, aus zwei Gründen. Vor allem, ist es uns als Erzgebirgekreis. Erstens, das ist uns als Erzgebirgekreis. First of all, an sehr leistungsfähiger Erzgebirgekreis. Of course, there is a lot of economy, but still, we don't have a university in our territory, and so we are very happy, when such events take place in our area. And the second reason, Prof. Dr. Matschul hat already told about this. Ich glaube, für den normalen Menschen in der Straße zu entscheiden, es ist wirklich sehr schwierig zu differenzieren zwischen dem Klimawandel und der Klimawandel. Und einige Leute wollen nicht über das Thema Klimawandel denken. Aber alle wissen und alle fühlen, dass etwas wirklich verändert, besonders wenn wir die Floods in 2002, 2006, 2010, 2013. So, diese waren die große Flood-Events, die wir hatten in diesem Bereich, mit den Effekten. Aber natürlich, hier in der Erzgebirge Region, wir hatten nicht so viele Effekten. Die Wasser kam sehr schnell, aber es war bereits nach drei Tagen. So, die Wasser ist schneller durch die Höhe als in den Flasen. So, das ist eine Sache. Aber, wenn man wirklich aufmerksam ist, wenn man wirklich auf jeden Tag in der Leben sieht, viele Veränderungen in den letzten zwei Jahren, 2014, 2015. So, das war etwas, das ich persönlich persönlich recognize. und ich bin wirklich sehr viel in diesem Bereich. Und sogar da, da gibt es regionalen Unterschiede, zwischen den individuellen Vallehen. So, vielleicht in einer Vallehen, da gibt es viele Flasen, aber in der anderen Vallehen, da gibt es viele Regen. Und niemand weiß, wo das Wasser kommt. So, diese sind die Veränderungen, die jeder Person kann wirklich detect in everyday life. und das ist, warum wir müssen über die Zukunft denken, über die Zukunft, und was die Veränderungen, über die Veränderungen, über die Zukunft passieren. Und das ist, dass wir heute schon die Schlussfolgerungen ziehen müssen. Und wir müssen, über die Ergebnisse, 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 über das in der Zukunft. Und das war schon. Ich bin zum Beispiel auf die Region-Aufs-Tropel vor. Und danke sehr, dafür zu Dr. Camuschen, für die Foundation, das er überführt, hier in dieser Ebene, und es ist eine wirkliche Tradition, schon einmal. Und ich hoffe, dass es so sein wird, in Zukunft, in Zukunft, für die nächsten Jahre. Denn dieses Thema ist sehr wichtig, also für Saxony und이를 aus der косmen And that's already it. I wish you every success during this conference. There's a lot on the agenda. I wish you to have interesting presentations, interesting discussions, a lot of new knowledge and knowledge transfer and change of opinions and experiences. And so I hope that we not only listen to it, but we also draw the correct results from it and that everybody implements something in practical life. And not just living normal life and thinking others should do something about this, especially the topic of environmental protection and weather and climate and so on. Everybody can do something about this. So have success during these two days. All the best for you. Welcome and good luck.